Das Gravitationsgesetz von Newton lautet folgendermaßen, die Gravitationskraft ist groß G, Gravitationskonstante, eine Masse, die zweite Masse und R². Für die Herleitung gibt es andere Videos. Und wenn Sie etwas rechnen müssen, ist es eigentlich immer die gleiche Rechnung und deswegen sollten Sie diese eine Rechnung ganz gut drauf haben. Das ist jetzt die Erde mit Afrika und ein bisschen Wasser. Und Sie betrachten typischerweise irgendeinen Satelliten, der hat hier seine Solarzellen und der saust auf einer Ellipsenbahn, aber meistens näherungsweise kreisförmigen Ellipsenbahn um die Erde. Und hier gilt ein kräftig Gleichgewicht. Also es wirkt durchaus noch die Gravitationskraft, FG. Die ist da oben zwar schwächer, aber vermutlich 90% oder so. Und damit er nicht runterfällt, gibt es eine Gegenkraft und das ist FZ, die Zentrifugalkraft. Also FZ ist MV² durch R, der Radius. Und die dritte Formel, die häufig noch drankommt, ist einfach VSS durch T. Der fliegt mit einer konstanten Geschwindigkeit um die Erde, weil der Weg ist ja ein Kreis. Der Weg ist 2πr. 2πr als Kreis. Und dann nimmt man für die Zeit T ein großes T. Also Groß-T ist eine Umlaufdauer. Und diese drei Formeln, die schmeißt man jetzt zusammen und ist zwar kompliziert, aber immer das Gleiche bei jeder Rechnung. Also ich mache einen Kräfteansatz. FG gleich FZ. FG gleich FZ. Also Gm klein m durch R² gleich mv² durch R. Und dann stellt man mal fest, klein m kürzt sich. Und klein m ist die Masse des Satelliten und Groß-M ist die Masse des Zentralkörpers. Damit ist schon mal klar, egal welche Masse jetzt irgend so ein Satellit auf dieser Bahn hat, ist immer die gleiche Bahngeschwindigkeit. Also Gm durch R² gleich v² durch R. Und jetzt häufig muss ich dieses V ersetzen durch 2πr durch T. Je nach Aufgabe. Es gibt Aufgaben, wo die Geschwindigkeit gegeben ist. Also die ISS fliegt mit so und so viel um die Erde. Oder berechnete Geschwindigkeit. Manchmal muss man eben aber das einsetzen. So, dann habe ich jetzt G. Groß-M durch R² gleich. Ich setze es hier ein. 2πr durch T. Klammer zum Quadrat durch R. Und jetzt ist es zwar schlimm, aber ich mache es ein bisschen hübscher. Ich mache mal R G. Groß-M durch R gleich 4π² R² durch T². Jetzt zumindest mal alle R auf eine Seite. Ja, also mal R und dividiert durch 4π². Und dann habe ich Gm. Was haben wir hier? 4π² gleich R hoch 3 durch T². Das ist jetzt auch der Kepler. Der Kepler sagt, R hoch 3 durch T² ist immer konstant. Kommt da raus. Jetzt müssen Sie einfach in der Aufgabe schauen, was ist gegeben. Das ist die Taktik. Gegeben. Gesucht. Es wird immer irgendwas. Manchmal ist zum Beispiel die Masse gegeben. Also woher wissen wir, wie viele Kilogramm hat denn die Erde? Wir können sie doch nicht auf die Waage legen. Aber ich kann in der Formel alles andere messen. Ich habe einen Satelliten. Ich beobachte, wie oft, oder den Mond. Wie lange braucht der Mond einmal um die Erde? Welchen Abstand hat der Mond? Dann messe ich die Gravitationskonstante und dann weiß ich, wie schwer ist die Erde. Sie sollten, wenn wir nach den Ferien irgendwann eine Prüfung haben, dieses FG gleich FZ ansetzen können und dann auflösen können. Also so eine Aufgabe kommt zu 100% in der Schulaufgabe dran.